Ich höre gerade, gut zu verstehen. Also für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Martin Fürstenau. Was mache ich? So ein bisschen das Allgemeine, bla bla, zu dem, was man treibt. Ich bin seit x Jahren in der IT und bin seit mittlerweile neun Jahren bei OCE und beschäftige mich mit Monitoring, Nagios, Plug-in-Entwicklung seit ungefähr achteinhalb Jahren. Eine Bitte, sollte nachher jemand applaudieren, bitte nicht so laut. Ich habe noch Nachwehen von gestern. Und die Kopfschmerztablette hört langsam auf zu wirken. Was ich mache, damit ihr so ganz kurz einen Einblick kriegt, alles, was ich habe, ist bei Monitoring Exchange veröffentlicht oder teilweise auch auf Nagios Exchange bei Ethan. Plug-in für Blockades, Netzwerk-Interfaces, Alarme, die per E-Mail kommen. Da hatte ich auch mal einen Vortrag hier, Mail-to-Event-DB. Mittlerweile gibt es da Mail-to-Mon, was E-Mail-basierte Alarme direkt eintütet in Nagios und so diverse Sachen. Lunes unter Windows überwachen und eben auch, weil wir immer mehr davon bekommen, VMWare. Wir gehören zu OCE in Holland. Wir sind angesiedelt in Poing bei München. Und mittlerweile gehören wir 100% zu Canon. Und unsere Mutter hat sehr, sehr viel VMWare-Systeme. Bei uns wird es erst so immer mehr aufgebaut. Falls einer einen Sahn hat und monitoren will, soll er sich mal mein Blockade-Plugin angucken. Das misst sogar die Temperatur der Laser in den SFPs. Ja, was machen wir? Wir sind das European Data Center und demnächst kriegen wir noch Vancouver dazu. Ich monitore mit meinem Nagios-System. Das ist ein Cluster. Quad-Dual-Core-Opteron. 1800 Hosts, davon ist ungefähr die Hälfte Windows-Netzwerk und knapp 17.000 Services. Davon sind bloß ungefähr 1500 passiv. Das System ist jetzt ungefähr 6,5, 7 Jahre alt, performt immer noch. Aber die spannende Frage heute ist, was treibt einen zum Rewrite vom Check4MWare-API-PL? Früher hieß das Ding CheckESX3. Das Ding ist doch etabliert, es wird vielfach eingesetzt. Es macht doch, was es soll. Und es hat etwa 4.650 Zeilen bestens gepflegten Code und ist offen für Veränderung. Oder hat irgendjemand hier damit andere Erfahrungen gemacht? Dass Sachen nicht funktionieren, dass Patches nicht reinfließen, dass sinnvolle Verbesserungen untergehen oder gekränkte Eitelkeit in meinem Fall, dass Veränderungen reinkommen und der Autor nicht genannt wird. Da war ich echt stinkig. Ja, was treibt dann zum Rewrite? Lesbar? Ich mache einen Health Check. Dumm. Die Kiste hat ein Problem mit der Sensorik. Man achtet auf die untere Zahl. 178 Scheißmeldungen, mit denen kein Schwein was anfangen kann. Das hat mich doch dann leicht etwas verärgert. Oder ein anderes Beispiel. Ich muss dazu sagen, wir hatten früher, EMC war outgesourced in Artus Origin. War eine politische Entscheidung, keine Techniker. Alle Techniker sagten, oh Gott. Manager sagten, geil, aber die denken auch auf PowerPoint-Level. Und das ist nicht unbedingt so das, was man für komplexe Entscheidungen gebraucht. Jedenfalls unsere holländischen Brüder und Schwestern. Jede Menge V-Mware-Systeme, EMC dran, kleine Luns, also jede Menge Luns an den Maschinen. Und wir haben uns das wiedergeholt. Wir haben jetzt eine größere Net-Up-Installation. Aber da unsere holländischen Politiker auch ewig gebrauchten, bis das in den trockenen Tüchern war, musste es dann alles holter die Polter gehen. Sonst hätten wir noch mal 1,5 oder 2 Millionen für ein Jahr in Artus zahlen dürfen. Also wurde im Prinzip 1 zu 1 portiert. Und es blieb bei diesen vielen kleinen Luns. Und das Ergebnis ist dann, wenn man beim Storage Luns checkt, dass das so aussieht. Beliebig beschissen. Nicht mal ein Zeilenumbruch hinter jedem okay. Ätzend. Wenn man sich das Ding insgesamt anguckt, allein die Hilfe, undurchsichtig, fehlerhaft, unsinnig. Wenn man sich den Code anguckt, stellt man fest, dass bei der Option minus L, Command, kennt jeder, kein Kommando abgesetzt wird. Völlig irreführend. Was in Wirklichkeit erfolgt, ist ein Select. Über das Perl-API werden Daten von der VMware-Maschine geholt und von den bekommenen Daten wird das rausselektiert, was man haben will. Man setzt keine Kommandos auf dem VMware-System ab. Warum die den Parameter der Command genannt haben? Keine Ahnung. Oder die CPU-Usage in Megahertz. Mag ja ganz interessant sein, aber ich habe noch keinen gefunden, der das für das tägliche Monitoring gebraucht, wie viel dieser Megahertz oder Gigahertz oder was weiß ich nicht, einzelner Hertz eine einzelne VM gebraucht. Oder der eine oder andere kennt es, seit Jahren beständig in der Online-Hilfe Brive statt Brief. Wobei, ich glaube, Andreas Ericsson hat das vor einiger Zeit korrigiert, aber das war erst in jüngster Zeit, weil dieser Schreibfehler auch genervt hat. Dann kommt noch mehr. Quickstarts. Hat sich schon einmal einer über Quickstarts gewundert, was das darstellt? Kommen wir noch später etwas mehr zu. Oder der Parameter T. Time-Shift und dann Interval für Sampling-Period und Max-Samples. Da denke ich, wer ist das für ein Käse? Ich weiß es mittlerweile, weil ich habe so einen dicken roten Ordner. Ich nenne das meine rote Bibel. Da sind lauter Ausdrucke drin von der Originaldokumentation von VMware, weil man sich überaus glücklich schätzen kann, wenn man auf den beknackten Webseiten mal was findet. Typisch ist, man sucht was in der Online-Hilfe bei VMware, klickt sich durch, klickt auf den nächsten weiter für den Punkt und landet am Anfang des Dokumentes oder in dem Dokument, wo man vorher war. Jedenfalls nicht da, wo man dachte, dass man hinkommt. Also, Bookmark setzen, sicherheitshalber ausdrucken. Ist mittlerweile so viel. Parameterangaben sind auch zum Teil von der Beschreibung irreführend oder grob falsch. Was ich schon sagte, vorgeschlagene Patches, Änderungen, das fließt zum Teil überhaupt nicht mit ein. Oder es braucht ewig, bis es umgesetzt ist. Wenn denn einer dieser ukrainischen Subunternehmer, weiß ich auch erst seit vorgestern, das Plugin ist nicht von OP5, sondern das hat OP5 von einer ukrainischen Subfirma entwickeln lassen. Andreas meinte so, sinngemäß, auch so ein Management-Ding, die kosten die Hälfte, die liefern dann zwar nur ein Fünftel, aber für das Management sieht das gut aus, weil die kosten ja nur die Hälfte. Ich glaube, ich bin trotz Kopfschmerzen noch ausreichend giftig. Das ist gut. Fehler im Code. Also wirklich einfach Fehler, wo man denkt, das kann nie funktioniert haben. Ganz, ganz wichtig, Fehlinterpretation von Performance-Countern. Ein Großteil der Arbeit jetzt beim Rewrite und ich bin noch lange nicht durch, ist wirklich sich jeden beknackten Performance-Counter angucken, gucken, wie interpretiert er den, was macht er damit, welcher Anschein wird erweckt, was da gemacht wird und was sagt die Doku zu dem Thema. Was anderes, was mich total genervt hat, das hatte ich schon als Änderung eingereicht, das hat mich beim Check ESX3 schon genervt, es ist nicht modular. Klar, mit einem Versionskontrollsystem, man kann es immer irgendwo mergen. Das Problem ist nur, zwei Leute checken gleichzeitig was aus, der eine ändert was an Subroutine A, der andere ändert was an Subroutine B, beide gingen ihre Patches an und man hat eine unnötige Arbeit. Wäre es an der Stelle modular und die Subroutinen wären einzelne Teile, könnte jeder Teil von einem Team separat gepatcht werden, das wäre aber auch kein Thema und der Code ist eben nicht fast 5000 Zeilen lang. Nagios Plugins verwendet, das ist grundsätzlich nicht schlecht. Nur wenn man es so macht wie die, die Ukrainer, die das entwickelt haben, ist das, immer wenn ich es mir im Original angucke, was die da getrieben haben, wenn ich was nachgucken muss, spüre ich ein intensives Verlangen nach so einer Lufttansatüte, da wisst ihr die vier Ecke und so das Format. Aber wahrscheinlich bräuchte ich es da eher so. Sie setzen es nicht konsequent ein, Sie setzen es ein, um die Hilfe aufzubauen, Sie setzen es ein, um zu prüfen, muss ein Parameter da sein oder nicht, aber dann arbeiten Sie nicht mit den gespeicherten Variablen weiter, sondern Sie packen das in eigene Variablen, mit denen Sie weitergehen. Typisch ist auch zum Beispiel, wie der Output behandelt wird. Der Output, der wird manuell verwurstet über eine Variable. Für die Performance-Daten greifen Sie auf die Routinen vom Nagios Plugin zurück. Also Null Stringenz. Und es ist auch entsprechend kompliziert, wenn Parameter nicht einfach ja, nein, muss da sein, muss nicht da sein, sondern vernünftige Plausy. Was? Der darf nicht gesetzt sein, wenn der und der gesetzt ist und so weiter. Das kommt de facto eigentlich kaum vor. Meist lassen Sie, wenn Parameter nicht ausgewertet für die Funktion einfach durchknallen und dann landet es auf der Usage. Unsinnige Performance-Daten. Wen interessiert zum Beispiel die Anzahl der momentan laufenden CPUs dann wunderbar in einem Graph mit PNP von Nagios dargestellt. Kaum ein. Fast jeder Check liefert Performance-Daten. Jetzt sind Damen anwesend, da kann ich Ihnen nicht sagen, wie sinnvoll ich das finde. Das wäre grob politisch unkorrekt. Ich bin zwar politisch unkorrekt, aber nicht ganz so schlimm. Mangelnde Doku. Die Jungs haben offensichtlich auch noch nicht erkannt, dass Leerzeilen und Kommentare die Laufzeit eines Programms wirklich nicht bedeutend verlängern. Verarbeitung von historischen Daten. Hier löse ich mal dieses Rätsel auf mit minus T Timeshaves. Da wird auf historische von den Vmware Hosts beziehungsweise vom vCenter gesammelte Daten zugegriffen. Der Text hier stammt aus der Original-Doku. Performance Statistics Collected by Various Components. Das sind verdichtete Daten. Die sind geil, wenn man Statistiken machen will. Allerdings ich ziehe selten irgendwelche Statistiken von vor drei Tagen oder was für ein Alerting her. Was anders ist Dynamic Thresholds, aber da geht es natürlich auch nicht drauf ein. Da kann man sowas dann wieder verwerten. Aber im normalen derzeitigen, sage ich mal so, Nagios 3.x-Betrieb oder E-Zinger-Betrieb oder Schinken-Betrieb ist das ungefähr so sinnvoll wie zwei Bundeskanzler. Wobei mit einem Schiedsrichter wäre das vielleicht wieder ganz lustig. Quickstarts. Ich habe euch bewusst hier mal das rausgelistet inklusive einer URL, wo man das findet. Da kann man runter umschalten zwischen Quickstarts und Nicht-Quickstarts bei bestimmten Statistiken. Da heißt es einmal, das ist die Runtime und das andere ist Live-Daten. Quickstarts ist nicht Runtime. Quickstarts sind aggregierte historische Daten, die mit Near-Real-Time erstellt werden, damit man schnell Statistiken bilden kann, die dicht am Geschehen sind. Das hat überhaupt nichts mit einem echten Performance-Wert zu tun. Und ich habe das extra hier schön hervorgehoben. To monitor Statistic Values you have a Statistic Elarms-Module instead. Die sollen ausdrücklich, man findet es auch an anderen Stellen in der Dokumentation, nicht für Alarme hergenommen werden. Dafür sind sie nicht designt. Übrigens, wenn ich mich nicht verlesen habe, dann übernehme ich jetzt allerdings keine Gewehr, ich habe das relativ schnell gelesen, verwendet auch der Matthias Kettner in seinem Plug-in Quickstarts. Da muss man ein wenig aufpassen und sich genau überlegen, was man macht. Und ähnlich sieht es aus bei Hosts. Bei Hosts ist ein Ferne-Scope mit drin. Ich will aber beim Monitoring absolute Werte haben. bis ich hier war, habe ich schon mal eine ganze Weile gebraucht. Ich bin ungefähr ein Jahr damit schwanger gegangen, dieses Ding an die anzugreifen. Jedes Mal, wenn ich angefangen habe und kleinere Korrekturen drin hatte, die dann natürlich nicht irgendwo veröffentlicht wurden, weil man braucht ja kein Schwein, habe ich gedacht, ja, fängst du jetzt damit an? Ach, was anders ist wichtiger und das ist einfach zu nervend. Du sagst, ein Jahr. Ich habe dann im Frühjahr dieses Jahres damit angefangen und immer, wenn ich Luft habe, mache ich es. Es ist so vertrackt vom Code, dass ich im Büro dann oft nicht so komme, weil ich mich dafür einfach nicht genug konzentrieren kann. Jedes Mal, wenn ich gerade drin bin und beginne zu verstehen, was die da verbrechen, dann klingelt das Telefon. Ist schon blöd. Also mache ich es jetzt mittlerweile überwiegend abends, wenn die Kinder im Bett sind. Aber wie heißt das so schön? It's a dirty job, but someone has to do it. Ich habe dabei herausgefunden, was das Ding eigentlich macht. Das Ding hat mehrere Einsatzbedaten. Erstmal, wenn ich es richtig verstanden habe, alle Performance-Daten, die auch im W-Center verfügbar sind, Statistiken und so weiter, kann man damit rüberschieben ins Nagios beziehungsweise ins OP5. OP5 als kommerzielle Lösung sehe ich sogar noch ein, weil one face to the customer, du musst nicht da gucken, du musst nicht da gucken, wir bringen ja alles. Okay. Sie benutzen es als Command-Line-Ersatz. Command-Line-Ersatz war auch eine ganze Weile sinnvoll, weil es schon länger kein Linux-Client mehr für VMware gibt und ich denke, das Command-Line-Interface, was mit dem Perl-SDK zum Beispiel ausgeliefert wird, das zieht nur Hardcore-Masochisten an. Vielleicht würden die dafür sogar noch bezahlen. Na, egal. Ja, und die dritte Aufgabe ist Monitoring und die dritte Aufgabe ist die, um die es mir geht und ich habe sicherlich auch Sachen rausgeschmissen, wo der eine oder andere sagt, brauche ich. Dann sage ich, und? Dann nimm das Originale dafür, es war nicht mein Fokus. Doku und Hilfe, also das, was da an Doku vorhanden ist, ist auch nicht parallel zur Entwicklung gepflegt. Es haut vieles nicht hin oder es ist irre missverständlich dokumentiert. Mir schweigt alle so. Ich glaube, ich werde verkaufen eine Schlaftablette. So, jetzt habe ich an der falschen Stelle geklickt. Ich benutze das erste Mal den Präsentationsmodus jetzt von LibreOffice 4.1, als das Ding hier mit einer ganz anderen Ansicht aufpoppte. Als da habe ich erst mal schwer irritiert geguckt. Ungefähr so, wie wenn ich meine Gehaltsabrechnung sehe. Was war mein Ziel? Das ist mein Ziel immer noch. Transparent, pflegbar und erweiterbar soll es werden. Derzeit ist es in meinen Augen keins von dreien. Ich will eine Reduktion auf das Monitoring Wesentliche. Das heißt, entfernen unnötiger Features und Optionen wie zum Beispiel Timeshift, Quickstarts und noch so einige andere Sachen. Eine Modularisierung des Codes, dass wir den Code wirklich in netten Häppchen in Perl-Modulen haben, dass einer mal sagen kann, ja, ich habe eine Änderung zu diesem Modul, die mache ich, ohne dass er das Ganze verstehen muss. oder anderen, die an einer anderen Stelle arbeiten, auf die Füße tritt. Ich reformatiere den gesamten Code. Ich bin da ein, ich finde immer, Klammern machen die Sache lesbar. Klammern, Einrückungen, Leerzeilen. Ich mag es zum Beispiel nicht, wenn man außer Quick and Dirty schreibt, Bedingungen und gleich dahinter if bla bla bla. Am besten fünf Stück untereinander, keine Leerzeilen. Ich bin ein alter Mann, ich werde nächsten Monat 56. Da hat man es mit den Augen, da verrutscht man schon mal in der Zeile. Und im Endeffekt kommt dann Käse mal raus. Muss nicht sein. Abgesehen davon habe ich, das ist meine Erfahrung, ich habe es schon oft gehabt, wenn ich Plugins von anderen mal geschrieben habe, ich habe das Plugin ums Verrecken nicht verstanden, und dann bin ich nur mechanisch dabei gegangen, habe den Code umstrukturiert und auf einmal konnte man den Code von oben nach unten runterlesen. Also da bin ich fast fanatisch. Deshalb eine übersichtliche Codestruktur, ein einheitliches Codebild und Code und Entflechtung. Wenn ich zum Beispiel eine Subroutine habe, die ich nur einmal aufrufe und ich rufe die von einer anderen Subroutine auf, die auch nur einmal aufgerufen wird und da komme ich wieder von einer anderen Stelle hin, dann ist es Quatsch in meinen Augen. Das heißt zwar immer, mach es möglichst modular, mach Subroutinen, schreib möglichst wenig in einen Codeblock, aber wenn ich dann anfange in einem Listing von oben nach unten, von links nach rechts, das macht es nicht wirklich übersichtlicher. Kommentare, wenn ich besonders beknackte Konstrukte finde, dann versuche ich die nachträglich zu kommentieren, damit ich auch in dem Jahr noch weiß, was da eigentlich abging. Ich gebe allerdings zu, wer von euch Plugins entwickelt oder ändert, der kennt das auch. Je länger man sich mit einem Code beschäftigt, desto verständlicher wird er natürlich für einen selbst und man denkt, wieso, da brauchst du keinen Kommentar, du weißt doch, um was es geht. Da muss ich mich selber oft zu zwingen, halbes Jahr später weiß ich da nicht mehr, was ich getan habe. Da mache ich wieder Forensik und ganz ehrlich, wenn ich Computerforensik machen wollen würde, würde ich wahrscheinlich lieber zur Kripo gehen. Ich habe da mal auf einem Seminar, das ich gehalten habe, einen von der Forensik kennengelernt, der mir spannende Geschichten erzählt, was man da so alles sieht. Allerdings auch unappetitliche Sachen. Aber ich will jedenfalls nicht bei einem Plugin Forensik betreiben. Muss nicht sein. Und was für mich ganz wichtig ist, ist eine ausführliche Historie. Eine Historie ist für mich nicht Datum, Funktion ersetzt, Name. Eine Historie ist für mich Datum, was habe ich gemacht, warum habe ich es gemacht. Es sind mittlerweile, ich glaube, 350 Zeilen, die ich da in den Kommentaren geschrieben habe, oben, und ich habe es separat noch als Files, nennt sich dann History. By the way, das, was ihr derzeit auf GitHub findet, ist nicht die alleraktuellste Version. Ich sitze an der Host-Runtime-Info dran, die ist noch nicht ganz fertig. Das Ding ist 500 Zeilen, glaube ich, lang und ist eine der größten Funktionen im Gesamtpaket. Wenn ich mit fertig bin, ist es kürzer. Sie haben alleine die Sensoren da drin viermal fast identisch abgefragt. Wenn ich meinen Pointer richtig habe, geht es auch weiter. Was habe ich gemacht? Ich habe schon ein bisschen was erzählt. Ich habe unnötige Performance-Daten entfernt. Da findet man so Sachen wie, es wird die Anzahl der Controller zurückgeliefert, die Anzahl der laufenden VMs. Kann für statistische Gründe ganz interessant sein, aber ich muss furchtbar sein, und da gehen welche. Meine Frau sagt auch immer, ich bin furchtbar. Egal. Anzahl der Netzwerkkarten. Warum zum Teufel muss ich die Anzahl der Netzwerkkarten physikalisch vom Host als Performance-Daten zurückgeliefert bekommen? Habe ich da Angst, dass die kleinen Einzelmännchen dabeigehen und im laufenden Betrieb immer Netzwerkkarten an meiner Maschine hin- und hertauschen. Das machen nicht mal unsere Netzwerke und die sind schon pervers genug. Dann gab es beim Storage was, glaube ich, Path-M-Path. Nach der Beschreibung dachte man, ja, das sind die Logical-Unit-Paths, aber in Wirklichkeit geht da auf Multipathing los. Tata. Aber das ist völlig anders, als die Doku versprochen hat. Was ich auch... Ja? Nicht die Anzahl der Netzwerkkarten. Als Performance-Daten. Den Alarm habe ich ja drin, wenn eine Karte ausfällt, ja. Genau, ich habe die Performance-Daten rausgenommen, weil ich nicht unbedingt den Graphen haben will über die letzten fünf Jahre, die Maschine hat acht Netzwerkkarten. Klar. Die Checks habe ich nicht rausgenommen bei solchen Sachen. Ich habe nur die Performance-Daten rausgenommen, weil die Performance-Daten unsinnig sind. Und ich meine, wir lernen es ja durch unseren Finanzminister und so weiter, wir müssen geizig sein. Und auch in heutigen Zeiten sollten wir etwas mit dem Disk-Space und der CPU-Usage geizen. Also Performance-Daten, die nicht verarbeitet werden müssen vom Nagios sind gute Performance-Daten. Denke ich mal. Was mir ein ganz besonderes Anliegen war, weil ich es absolut idiotisch fand, war, ich habe die Installationsanweisung für das Vmware-Pearl-SDK rausgehauen. Ganz einfacher Grund, wenn ich mir das SDK runterlade von Vmware, sind die Anweisungen in einer aktuellen Form da eh bei. Da brauche ich nicht nochmal eine Kopie in dem Skript zu haben, was den Code auch nochmal deutlich verlängert und unsinnigerweise verlängert, weil ich muss erst das Perl-SDK installieren. Und wenn ich das nicht kann, dann gucke ich normalerweise bei Vmware. Was mache ich falsch? Da reicht lediglich beim Start des Plugins ein Hinweis, Kumpel, du musst erst mal das Vmware-Plugin installieren, ansonsten tut sich da nichts. Es war eine ganze Menge globaler Variablen ganz am Anfang drin, die habe ich alle durch my ersetzt und zwar aus dem ganz anderen Grund, da kann man immer so schön einen Kommentar dahinter schreiben, wofür man die eigentlich gebraucht und der Geltungsbereich ist der gleiche. Oder fast. Ich habe auch in vielen Sachen, damit bin ich auch noch nicht ganz durch, Variablen, Definitionen grundsätzlich an den Anfang einer Funktion geschrieben. Dann sehe ich nämlich, was ich habe. Die haben es da leidenschaftlich gern gemacht, die Dinger so in schmutzigster Art und Weise on the fly, am besten noch in einer For-Each-Sleife, steht dann einfach my variable name gleich bla bla bla, ist einfach unsauber, macht man nicht, sollte man nicht machen. Funktioniert zwar, aber und dann waren da noch jede Menge DAI-Statements drin, steige aus mit DAI, DAI mache ich bei Perl-Programmen, die ich auf der Shell verwende oder so, aber wenn ich das so als Plugin verwenden will, dann sehe ich zu, dass ich, wenn die Situation auftaucht, einen sauberen Ausgang habe, den auch mal ein Nagios abfackeln kann. Ja, und dann bin ich auch noch drüber gestolpert, unterste Zeile, überwiegend hat er IF benutzt, aber an einigen Stellen hat er offensichtlich wer anders UNLESS benutzt. und genauso war es mit WHILE und UNTIL, überwiegend WHILE, aber für genau die gleichen Konstrukte an ein paar anderen Stellen lief die Schleife mit UNTIL. Das ist ja auch alles gerade gezogen, mag ich nicht. Ich habe schon erwähnt, ich habe auch den Nagios Plugin entfernt erwähnt, es wurde viel, weil Nagios Plugin damit arbeitet, mit Literalen gearbeitet. Ich meine, jeder, der Plugins schreibt, weiß, was eine Null, eine Eins, eine Zwei oder bedeutet. Außerdem, ich bin ein fauler Hund, ich tippe lieber eine Null statt Shift Critical oder eine Zwei statt Shift Critical, also in dem Codeschreiber. Das ist reine Eigenfaulheit. Das hat nichts damit zu tun, dass dadurch der Code ein paar Beide kürzer wird. Aber jetzt kommen wir zu Sachen, die habe ich so, deshalb ist der Text englisch, ich habe die aus der Historie heraus kopiert, weil die Historie ist natürlich in Englisch. Ich dachte, womit fülle ich jetzt die Slides? Ach, eigentlich mit Sachen, die jeden schon geärgert haben oder wo man sagt, aha, was in der Dokumentation drinsteht. Halt erst mal noch hier oben. Return Cluster DHS Recommendations. Die Routine habe ich auch entfernt. Cluster Recommendations sind Sachen, ey, mach mal das, ich schlage der Werte vor. Das hat mit Alarmierung nichts zu tun. Da muss ich da nicht drin haben. Vor allen Dingen, bei vielen Sachen ist es heute ja so, diese Recommendations, die kann ich benutzen von der Kommandozeile, aber da benutze ich heute auch nicht ein Plugin oder die Kommandozeile, da mache ich bei allen aktuellen Installationen meinen Browser auf und benutze das WebGUI. Und damit komme ich auch von dem Linux dran. Ich brauche ja den Client nicht mehr. Ich nehme an, dass solche Anweisungen aus der Zeit, wie gesagt, noch kamen, als es keine vernünftige Möglichkeit gab, von einem Linux-System auf die VMware-Systeme managementmäßig zuzugreifen. Was habe ich dann da noch so hässlich ist? Main Selection. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Else-Ifs in Performance sein sollen. Ich weiß bloß nicht mehr, wo. Beim Sven bin ich da noch in der Schuld, weil er bezweifelt ist. Aber ich habe es noch, wie gesagt, wo gelesen, weil ein Else-If-Statement bis zum Ende interpretiert wird. So meine Info. Fakt ist jedenfalls, dass die Hauptauswahl eine endlose, bescheuerte Else-If-Kette war. Ich habe das Ganze in eine Subroutine gepackt. Es sind nur noch Ifs. Und wenn das If durch ist, gehe ich mit einem Return in die Hauptroutine zurück und der Ausgang. Ist nach meinen ganz bescheidenen Messungen so mit Date und so weiter schon mal schneller. Ein paar Sekunden zum Teil. Strip-Down-VM-CPU-Info. Er hat aber eben Usage in Maca hat es drin und noch ein paar andere Sachen. Ich habe also, wie gesagt, jeden Parameter mir angeguckt. Macht der Sinn? Was sagt der in der Dokumentation? Und in ziemlich vielen Fällen, in sehr vielen Fällen, sind die Sachen dann rausgeflogen oder mussten zum Teil geändert werden, weil es einfach, ich sage mal, ist wahrscheinlich Ukrainer, der hat englische Doku gelesen und war nicht so gut. Value 1 bis Value N. Das ist ein kleiner Gag am Rande. Ihr kennt das ja auch. Ihr selektiert Muntime Runtime beim Host. Dann kommt eine ganze Menge Kram. Oder ihr selektiert Runtime Health. Dann kommt anderer Kram. Grundsätzlich ist es eigentlich in allen Modulen so, wenn kein Subselect oder beim VMware API kein Subcommand angegeben wird, dann geht er in den else-Block und macht die gleichen Statements nochmal, die schon weiter oben drin sind im Code. Dann macht er es aber bei mehrfachen Ausgaben so, dass er das erste Select, was er macht, schreibt er in Value 1, das zweite in Value 2, das dritte in Value 3, alle da unten definiert und ganz unten hat er die Sachen zusammengebaut. Statt einfach nach jeder Abfrage die Variable zusammenzubauen und dann wieder herzunehmen. Das war, an den Stellen hatte ich das Gefühl, wirklich Pölfe, Anfänger, wie man es nicht machen sollte. Es war einfach unelegant, deshalb hat es mich genervt. Swap habe ich in Mem-Info entfernt. Hier aus der Dokumentation, Current Amount of Guest Physical Memory Swapped out to the Virtual Machine Swapped by the Colonel. Hat nichts mit Swap-Verhalten der Virtual Machine zu tun. Null. Es war also hier auch nicht unbedingt das, wo man ein Alerting setzen kann. Es gab bei etlichen Sachen Dinge, wo man denkt, ja eigentlich ist es sinnvoll, aber gibt es da irgendeinen Threshold und wenn es ist, geht oder geht nicht. Und wenn das nicht abfragbar war, ob ich da einen Alarm auslösen muss, habe ich die Sachen rausgeschmissen, weil ich kann die gleichen Sachen über das GUI nachgucken und wenn ich keine Aussagekraft im Monitor habe, dann nutzen mir diese Zahlen überhaupt nichts. Was anders ist es, wenn ich irgendwo eruieren kann, da habe ich Thresholds. Da kann ich Sachen, da habe ich absolute Schwellwerte, da darf ich nicht rüber. Dann geht es. Aber wenn ich das nicht kann, dann habe ich eine nette Anzeige im Nagios, die immer nur grün ist. Weiß nicht, brauche ich nicht. Und wenn es einer haben will, kann er immer noch das Original nehmen. Glaube ich. Overhead. Ein ähnliches Ding. Amount of machine memory used by VM-Kernel to run the virtual machine. Das ist eine nette Information, die ich über das GUI bekomme, aber fürs Alarmieren sagt mir überhaupt nichts. Raus. Ich glaube, hier habe ich einen doppelt. Das war in VRM-Info. Der gehört da auch zu dem, es gibt keine Critical oder Wahnwerte. Es gibt auch kein geht überhaupt nicht und ich müsste irgendwas tun. Es ist einfach nur eine Information, wo ich mir Historie angucken kann und dann sagen kann, ja, aufgrund der historischen Entwicklung werde ich da wahrscheinlich ein Problem haben. Aber diese Statistiken habe ich auch im GUI vom VM-Wer. Und da habe ich auch die Möglichkeit, das entsprechend auszuwerten. man kann es natürlich auch ins Nagios oder ins Ditzinger reinlaufen lassen, aber wenn ich nicht weiß, was ich mit den Daten anfangen soll, außer mir nachher bunte PMP von Nagios-Bildchen zu betrachten, dann muss ich es mir nicht extra holen, dann kann ich es gleich im administrativen GUI betrachten. Denke ich so. CPU-Info, sowohl für VM-Ware und für Host, die war ganz lustig. Da habe ich mir auch alle Werte angeguckt und habe festgestellt, erst mal wurde es teilweise unterschiedlich interpretiert. Sachen, die beim Host, glaube ich, gingen, gingen auch bei der virtuellen Maschine, da wurden sie aber nicht abgefragt. Die Doku sah aber komischerweise gleich aus für beide Abfragen, sowohl für virtuellen Maschinen als auch für den Host. Was er abfragte, waren aber unterschiedliche Sachen. Hier habe ich eingebaut den Ready-Status. Den hatte ich rausgeschmissen, ich habe den wieder reingelommen für VM-CPU-Info und ich habe es neu eingebaut den Host-CPU-Info. Damit kann man schon etwas mehr anfangen, wenn man sich die CPUs anguckt und ich habe überlegt, machst du das, machst du das nicht? An der Stelle habe ich dann gesagt, ja doch, das braucht vielleicht der eine oder andere und man kann ja auch nach alarmieren, wenn die zu lange nichts tut, dann sollte ich vielleicht einfach eine Maschine abbauen. Okay, das war ein Controlling-Statement. Weight ist ähnlich. so, was haben wir dann noch? Return DC Performance Values, DC CPU-Info, das ist alles Datacenter. Aber wenn man sich dann den Code anguckt, stellt man fest, will der mich verarschen? Weil das, was da gemonitort wird, sind keine Performance-Werte des Datacenters, es sind keine im Datacenter aggregierten Werte der verschiedenen Host-Systeme, sondern schlicht und einfach die Werte des Host-Systems, auf denen das Datacenter läuft. Das ist hinreichend bescheuert, weil ich monitore, was ich direkt monitoren kann, nicht über das Datacenter. Das heißt, ich monitore eine virtuelle Windows-Maschine von der Betriebssystemseite genauso wie eine physikalische, eine virtuelle Linux-Maschine genau wie eine physikalische und da kriege ich diese Werte. Ich kriege diese Werte, die mir dafür das Betriebssystem interessieren. Das war also wirklich eine totale Luftnummer und ich habe mehrmals hingeguckt, aber mit jedem mal hingucken stelle ich fest, nein, der macht tatsächlich da so einen Käse. Das hatte ich schon erwähnt, Dollar-Command und Dollar-Sub-Command habe ich ersetzt mit Select und Sub-Select, weil es definitiv keine Kommandos sind. Ich führe keine Kommandos auf dem Host-System oder auf dem Gast-System aus. Ich hole mir Daten und selektiere von den geholten Daten eine gewisse Menge. Teilweise sogar zu wenig. Ich weiß nicht, ob ich ein Beispiel noch drin habe, aber sonst erwähne ich es. Hat mal einer, ich glaube, Storage-Shell war es, Storage-Shell-Check, da kommt dann zurück, fünf von sieben Kontrollern, okay, da denkt man, scheiße, welche fünf von sieben? Ich habe da mehr drin. Man kriegt auch den Adapter-Type. Den Switch habe ich auch, zumindest beim ESX3 hatte ich den drin, habe ich den hier schon wieder mitgebracht, weiß ich nicht. Und wenn man den Adapter-Type nimmt, das gehört auch mit zu den mitgelieferten Daten, stellt man fest, ja klar, die zwei, die sich nicht monitoren lassen, ist der Floppy-Controller und das Ding, an dem das CD-Laufwerk hängt. Toll, braucht keine Sau. Dann habe ich, zumindest hoffe ich es, alle Verarbeitung von historischen Daten rausgeschmissen aus dem Modul. Das hatte ich vorhin schon erwähnt, Timeshift, Quickstarts, sowas in der Art. Daraufhin war das Ding, Generic Performance Values, auf einmal nur noch ein Drittel so lang. Das war schon verhältnismäßig interessant. Datastore. Wenn man Datastore monitort, da gibt es immer so einen Schalter VMS. VMS ist geil, ja. Aber wenn ich den Datastore angebunden habe über NFS, dann habe ich kein VMS. Aber die Checks funktionieren genauso. Volumes ist die richtige Antwort. Zumal die Parameter innerhalb des Systems, beziehungsweise bei VMware auch so heißen. Ich kann genauso gut starten VMS, kann ich mir die Health-Status von dem NFS Share angucken. Komme ich da ran, läuft das alles. Rewritten and cleaned up Subroutine Host Disk I.O. Info. Die war auch nett. Der Ausput war teilweise schwer verständlich. Es wurde nicht, wie in der Doku erwähnt, die Transferrate gemessen, sondern die Latency in Millisekunden. Das fand ich dann doch ziemlich cool. Es war nicht drin, obwohl es vorgesehen ist von VMware, dass man sich die Lesegeschwindigkeit angucken kann oder die Schreibgeschwindigkeit auf die Physik war einfach nicht drin. Außerdem war auch nicht drin, die Usage, sprich die aggregierte Disk I.O.-Rate. Vor allem, wer stellt es aber zur Verfügung? Da ist es wirklich so, dass bei Host Disk I.O. und VM Disk I.O. eigentlich die Beschreibung identisch war, aber das Messen war unterschiedlich. Um nicht zu sagen, schlicht und ergreifend falsch. Ein anderer Punkt war, bin ich jetzt ganz am Anfang vom Programm, wenn er das VMware via Runtime, also die Perl-Sachen vom SDK einbindet, hat er das mit einem ewig langen Evel-Konstrukt gemacht und mit einem Require. Ein Require wird erst ausgeführt, wenn ich an der Stelle im Code bin. Das mache ich, um dynamisch die Perl-Module einzubinden. Wenn ich ein Use machen würde, würde er beim Startzeitpunkt alle mit rein kompilieren und ich hätte außer der Pflegbarkeit keinen Vorteil. Dadurch, dass ich einen Require mache für alle Hauptmodule, lade ich nur das Hauptmodul, also die Unterroutine, in das Hauptprogramm rein, die ich auch gebrauche. Das reduziert den Code und auch die Laufzeit habe ich gemessen teilweise Hälfte. Weil er einfach nicht 5000 Zahlen reinlädt, sondern Hälfte. Und er muss da nicht so viel interpretieren. Also da war ich doch schon erstaunt. Und mit dem Eval hier, das tut nicht Not, weil er machte nur weiter, wenn das Eval ordentlich durchging. Und da hingen noch ein paar andere Sachen hinter. Die und so weiter. Das habe ich alles komplett umgebaut. Ich mache jetzt einfach ein Use vor allem bei VR-Runtime. Und wenn er es nicht laden kann, dann knallt er. Wie bei jedem Perl-Modul, das nicht vorhanden ist. Das ist Perl. Das bringt eine Fehlermeldung und das Programm lässt die nicht starten. Dann habe ich den Punkt Host-Device-Info umbenannt in Host-Mounted-Media. Ich dachte, Host-Device-Info, welche Devices inquiierte da? Den Code gelesen und dachte, es ist nicht wahr, oder? Den Code nochmal gelesen und dachte immer noch, es ist nicht wahr. Aber Host-Device-Info lieferte keine Informationen über Devices, sondern lieferte nur die Funktion über Host-Mounted-Media. Das stand aber auch nicht in der Doku. Da stand nämlich, dass es Device-Informationen liefert. Die Information über Host-Mounted-Media ist aber extrem wichtig. Kennt das zufällig einer? Okay, dann mount mal die CD des V-Mware-Host an eine virtuelle Maschine und versuchen, wie Motion. Geht nicht. Braucht man normalerweise nur für irgendwelche Installationssachen, aber es ist ganz hilfreich, wenn auf dem Monitor steht, da hängt noch eins dran. Vergiss das nicht. Aber wenn man alle 24 Stunden, sage ich mal, eine Nachricht wieder schickt, erinnert man den Admin dran, du hast da noch was im Rohr. Tu was dagegen, sonst hast du vielleicht irgendwo ein Problem. Also das Ding war auch eins meiner Überraschungen. Dann habe ich, ist der Simon im Raum? Ah, da. Siehst du, ich habe dich erwähnt. Ich habe eingebauten Soapcheck vom Simon-Megler-Von-Console und genauso die ist-blacklisted und ist-not-whitelisted Funktion. Das ist bei vielen Sachen, wie zum Beispiel war das Sensorik sehr hilfreich. Und bei den Modulen, wo ich noch nicht dabei war, wo es hilfreich ist, ziehe ich die konsequent durch, damit man wirklich eine standardisierte Blacklist- und Whitelist-Funktion hat. Was haben wir denn noch hässlich ist? Ja, viel kommt wahrscheinlich nicht mehr. Oh, ich bin auch ganz gut mit einer Zeit. Dreiviertelstunde, passt. Host-Runtime-Moment. Da sitze ich zurzeit gerade dran. Ich habe erst mal den Sensortypen Software-Komponents ausgefiltert. Weil ihr seht vorhin auf der ersten Folie 178 Fehler und wenn das dann mal richtig kommt und man listet sich die Sensoren, kein Schwein braucht diese Auslistung der Software-Komponents, um zu gucken, was es installiert und so weiter. Die habe ich komplett rausgenommen. Es wird wahrscheinlich nicht später. Ich glaube, ich bin früher fertig. Also falls das der Kontrollanruf war. Ich habe auch weiter unten in der Runtime-Summary rausgenommen die Abfrage auf Maintenance, weil die war völliger Käse. Ganz oben in diesem Programm war nämlich schon eine Abfrage drin, bist du in Maintenance, wenn ja, dann steige, und zwar bevor irgendein If nur kam. Also warum soll ich das nochmal komplett unten abfragen? Das war doppelt gemoppelt. Nee, eigentlich war es genauer gesagt dreifach gemoppelt. Da hat einer als am Ende vom Code war nicht mehr seinen Anfang gelesen. wenn der da aussteigt, wenn der da aussteigt, im Originalprogramm, im Checkformer API, steigt er hart aus mit einem Die, wenn ich es richtig, ja genau, mit einem Die, so ganz knallhart, wenn er feststellt, ist in Maintenance. Aber Maintenance ist doch kein Fehler, Maintenance ist ein Betriebszustand. Gleichwohl, sollte man darauf hingewiesen werden, am Monitor, da ist ein VMware Host in einer Maintenance. Einfach, damit man auch sehen kann, jawohl, wenn da jetzt einer sagt, da komme ich nicht ran oder irgendwas, sieht man, ja wieso, der ist ja auch gerade downtime, down for Maintenance. Da tut sich im Moment nichts. Also was mache ich? Ich returniere eine 1, löse damit ein Nagel aus und eine Warning aus und kein Critical. Dann gibt es da noch diesen hübschen Punkt List VMs, die VMs auslisten. Wer das braucht, da stand immer nur drin, down oder up oder okay war es. Das, was ich vom VMware geliefert bekomme, steht aber up drin. Unser okay String war auch noch hart reinkodiert. Da dachte ich, was soll der Quack? In dem Block, ich kann genauso den Wert, das ist eine Variable einsetzen, die ich vom System bekomme und das ist ein up und es gab einen Critical Error, wenn auf einem VMware Host keine VMs sind. Ist das ein Fehler, wenn auf einem VMware Host, den ich gerade in Betrieb genommen habe, gerade keine virtuellen Maschinen sind oder ich mir einen freigeschaufelt habe, weil ich eine Downtime fahren will oder ich schlicht und einfach gucken will, wie das System mit sich selber spielt? Ich meine nein. Es macht genau das, was da steht, no VMs und es ist kein Grund für irgendeinen Alarm. So, das waren schon die hässlichen Beispiele, wer sich die Hilfe, die History komplett anguckt. Ich habe vorhin, als ich die Sachen rausgenommen habe, festgestellt, dass ich an ein paar Stellen Tippfehler oder Städte einfach falsch zusammen kopiert habe. Nichts Wildes, aber das werde ich nächste Woche nochmal überarbeitet zur Verfügung stellen. Die Hilfe-Funktion ist auch jetzt ein eigenes Perl-Modul und die ist stark überarbeitet. Sie sieht im Moment allerdings ein wenig aus wie Kraut und Rüben. Das liegt daran, immer wenn ich eine Subroutine fertig habe, schreibe ich dafür die überarbeitete Hilfe und der Rest ist noch Original-Layout. Ist für mich momentan so das Beste. Neue Optionen, die ich eingebaut habe, das ist zum Beispiel Minus Minus Multiline und Minus Minus Alert Only. Minus Minus Multiline habe ich in einige Plugins in meinen letzten überall eingebaut, überall wo mehrzeitige Ausgaben kommen, bringt der statt einem Backslash-Anim-Code einen BR-Tag und damit ist es in der Übersichtsseite dran. Man muss nur dafür Sorge tragen, dass man, wenn man den Schalter benutzt, wenn man eine Mail verschickt oder was, in der Pipe, einen kleinen Filter mit einem SED macht und die Dinger wieder rausfiltert. Sonst hat man hässliche HTML-Tags in der E-Mail. Das ist aber auch als Beispiel in der Inline-Doku mit drin, glaube ich. Und wenn noch nicht, dann kommt es rein. Ich habe es bei anderen Sachen auch überall reingeschrieben. Und dann gibt es Minus Minus Alert Only. Minus Minus Alert Only. Ihr habt vorhin diese Loon-Liste gesehen und wenn ich Loon's checke, will ich auf dem Bildschirm nicht diese monstermäßige Liste haben oder nicht unbedingt. Wenn ich Minus Minus Alert Only setze, dann steht da, alles ist im grünen Bereich, außer ich habe einen Alarm und dann werden die alarmierenden Loon's gleich mit ausgegeben als Beispiel. So eine Option halte ich immer dann für hilfreich, wenn man wirklich vielzeilige Ausgaben sonst hat und 100 Gutmeldungen interessieren mich nicht, aber zwei Critical oder Warning, die interessieren mich schon. Ansonsten will ich nur wissen, ist okay. Und ganz, ganz wichtig war, ich habe auch Optionen überarbeitet, um jetzt ins Detail zu gehen und ganz wichtig war für mich, Minus Minus und dann der Optionsname statt Minus O Option. Mit Minus O Option könnt ihr Optionen übergeben. Hat schon mal einer in den Code reingeguckt vom Check4MW-API? Hand hoch, keiner? Okay, am Beginn jeder Subroutine geht er mit einem regulären Ausdruck dabei und filtert diesen String raus. Naja, sage ich jetzt nichts weiter zu, außer, dass ich so intensive Sehnsucht nach so Papierbehältnissen von der Lufthansa kriege, aber die kann man bei dem Ding schon fast im Abo nehmen. Zahl einmal, kotze zweimal. So, wie geht es weiter? Letzte Folie. Die Überarbeitung werde ich abschließen, ich sage mal, so schnell wie möglich. Ich werde dann die Änderung auch immer, wenn eine getestet und fertig ist, auf dem Gitter posten und neue Funktionen werde ich erst später einbauen. Das würde jetzt einfach den Rahmen sprengen. Ich mache zwar kleinere Neuerungen rein, ich sage, ja okay, das kannst du gleich mit einfließen lassen, aber wenn es wirklich irgendwelche signifikanten Sachen sind, möchte ich erst mit dem Aufräumen durch sein. Ich fange auch nicht an ein Zimmer zu streichen, bevor ich nicht mit dem Aufräumen und dem Staubsaugen fertig bin, sonst habe ich den direkt nachher auf der frischen Farbe hängen, das muss nicht sein. Also eins nach dem anderen. Angucken, könnt ihr es euch auf GitHub, braucht ihr euch noch nie aufzuschreiben, ich habe es vorhin gerade mal probiert, wenn man in Google sucht, checkvmware.esx.bl ist der erste Treffer schon GitHub. Neulich hat tatsächlich einer mir schon Änderungen geschickt, das heißt, wie heißt der Diff auf dem Git? Ich vergesse Sachen immer, ich muss da immer nachgucken. Hatte weiter modularisiert, ich habe es mir angeguckt, dachte Junge, du hast das Prinzip nicht verstanden. War ja ganz nett, er hat aus jeder Unterroutine ein Perl-Modul gemacht, dafür hat er aber in der Hauptroutine keine Requires dafür eingebaut, nothing, nichts. Da wäre überhaupt nichts gegangen, abgesehen davon ist es nicht Ziel. Aus sämtlichen Unterroutinen Perl-Module zu machen, sondern es ist Ziel, das Ding besser pflegbar zu halten und kleinere Hilfsroutinen kann man durchaus, ich weiß gar nicht, ob ich es gemacht habe, in einem Modul helper.pm zusammenfassen. Es muss überschaubar sein und pflegbar sein. Es ist nicht Ziel, dass ich dann 100 Perl-Module habe, das mag ich nicht. Ja, das war es, wir haben noch ein paar Minuten für Fragen, dann sage ich mal danke fürs Zuhören. Oh, mein Kopf, danke. Ich komme. Wie gehst du mit Berechtigungsfehlern um? Ich hatte vorher immer so, wenn du in VN-Wern nicht die Berechtigung hast, um zum Beispiel, ich kann noch mal. Wie gehst du mit Berechtigungsfehlern um? Ich hatte immer das Problem, wenn du zum Beispiel Storys-Abfragen machst oder Hardware-Abfragen machst, brauchst du administrative Berechtigungen und wenn du die halt nicht hast, in der Gruppe oder im User, der sich über die API anmeldet, dann kam über das Plugin auch immer viel zurück, aber nicht das, was du erwartet hast. Auf keinen Fall so ein Anmeldungsfehler. Den Fehler hatte ich an der Stelle noch nicht, aber ich werde es mal ausprobieren. Bin hier einfach noch nicht drüber gestolpert, habe ich mir keinen Kopf drum gemacht, weil ich erstmal das verarbeitet habe, was drin war und natürlich bei allen Systemen, auf die ich muss, habe ich im Vorfeld dafür Sorge getragen, aber ich werde es mal einfach mit nicht berechtigten Benutzern probieren und dann wird, denke ich, einfach eine entsprechende Fehlermeldung rausgehen. Das wäre vielleicht schön, wenn du es hinkriegst, weil ich glaube auch eher, dass es am Plugin bislang gelegen hat, dass du für diesen Storage-Bereich administrative Rechte brauchst. Da bin ich mir aber nicht 100% sicher. Vielleicht kannst du es mal mit einem Read-Only-User ausprobieren. Ich habe bei mir einen Read-Only-User, ich habe einen Read-Only-User für alles, der darf nur alles lesen und damit komme ich an alles ran. Aber wenn das Plugin fertig aufgeräumt ist, ist der Code ja überschaubarer, dann kannst du auch gucken. Noch irgendwelche Fragen? Allgemeiner Aufbruch kann ich verstehen, es wird dunkel, alle wollen fahren. Dann sage ich noch mal danke und wünsche euch eine gute Heimfahrt. Eine kleine Frage. Du hast ja den Devices-Code abgeändert, wodurch jetzt die Mounted-Media erscheinen. Ja. Gibt es auch eine Möglichkeit, Remove-Devices abzutragen? Nee. Du kriegst nur den Mount-Status. Nur den Mount. Du kriegst nicht, da ist man dann noch ein USB-Stick dran oder sowas. Den kriegst du nicht raus. Was ich gefunden habe, was geht, ist halt floppy und Read-Only-Medium. Ich verschwirb. Es geht los. Ach so.